Der nächste Schritt für unser Land, das ist mein Weg als Ihr Abgeordneter für Pforzheim und den Enz-Kreis. Für den Erhalt eines erfolgreichen Schulsystems, aber gegen Belastungen des Mittelstands. Vor allem für die Sicherheit der Bürger. Ich sorge für ein Polizeipräsidium in Pforzheim. Wir bieten verfolgten Schutz, können aber nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Eine Stimme für die FDP ist eine Stimme gegen die naive Einladungspolitik der Kanzlerin. Mit Hans-Ulrich Rülke den nächsten Schritt für unser Land gehen. Untertitelung des ZDF, 2020